Heute nehme ich die zwei Hauptgründe auseinander, warum Low-Carber sagen, dass sie Low-Carb machen, um abzunehmen. Warum das das Richtige ist. Hier der allererste Grund, warum Low-Carber Low-Carb machen, um abzunehmen. Der erste Grund, Kohlenhydrate werden in Zucker umgewandelt. Das ist so der allererste Punkt. Was wichtig zu verstehen ist, Low-Carber schränken alle Kohlenhydrate ein, nicht nur weißen Zucker. Man darf nicht daran glauben, die reden nur von weißem Zucker. Nein, reden die nicht. Deswegen heißt es Low-Carb. Du schränkst Carbs ein, alle Carbs. Auch Obst. Das ist der erste Punkt, wo ich mir denke, müsste ein Mensch, der geistig gesund ist, merken, dass das nicht stimmen kann. Wenn dir jemand sagt, du sollst auch Obst einschränken, um abzunehmen. Obst einschränken, um abzunehmen. Das hört sich schon sehr, sehr seltsam an. Das ist eigentlich, wenn man sich selbst nicht belügt und so ein normaler Mensch ist, müsste deine Intuition schon sagen, dass da irgendwas nicht stimmt. Das ist ja einfach so. Das weiß ja jeder. Das weißt du auch und ich auch. Auch wenn du Low-Carber bist, weißt du, dass sich das komisch anhört. Aber, ne, das, den Punkt ganz wichtig zu verstehen, alle Kohlenhydrate machen Fett, laut denen, okay? Und deswegen, und das liegt halt daran, Kohlenhydrate machen Fett, weil Kohlenhydrate in Fett umgewandelt werden und dieses Fett wird eingelagert. Erzählen die einem. Was sie nicht dabei bedenken, den Logikfehler, den Denkfehler, den sie machen, ich habe extra eine Grafik erstellt, ist der hier. Der Denkfehler der Low-Carber. Diese Grafik hätte ich schon vor Jahren machen müssen. Oben seht ihr, wie das abläuft, wenn tatsächlich Kohlenhydrate umgewandelt werden als Fett und dann eingelagert werden. Ich kann euch das Video verlinken, wo ich die Studie dazu auseinandergenommen habe, wo man das mal versucht hat, experimentell. Da hat man halt Frauen oder Patienten genommen, die ihre Kalorien erreicht haben. Danach hat man den weißen Zucker gefüttert und zwar 135 Gramm etwa und die haben 3 Gramm Körperfett zugenommen. Also im Normalzustand, in der normalen, realen Welt passiert sowas niemals, dass Kohlenhydrate in Fett umgewandelt werden, okay? Aber wenn es passiert, dann passiert es folgendermaßen. Kohlenhydrate werden zu Fett umgewandelt und das Fett wird eingelagert. Und das Umwandeln von Kohlenhydraten zu Fett braucht 20% und von Fett zu Fettdepots braucht es 3%, okay? Und wenn du Fett direkt hast, braucht es halt nur 3%, um eingelagert zu werden. Das ist das Unten, ne? Das ist, wenn du Fett direkt isst. Und die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wenn du sagst, Kohlenhydrate werden zu Fett umgewandelt, das Fett wird eingelagert, was passiert dann mit dem Fett, das du isst? Warum wird das nicht eingelagert? Eingelagert, also das Unten. Warum macht der Körper das nicht? Das Unten kostet den Körper 3% verschwendete Energie. Der muss 3% Energie verschwenden. Das Oben, das, was die Low-Carber sagen, was passiert, kostet 23% Energieverschwendung von den Kalorien, die du zu dir nimmst. Ja, wenn du 1000 Kalorien zu dir nimmst, dann verschwendest du 23%, wenn alle Kohlenhydrate in Fett umgewandelt werden, dann eingelagert werden. Okay, warum macht der Körper das Ineffiziente? Das, was mehr Energie verschwendet, das würde der Körper niemals machen. Und, ne, das ist einfach genau wie damals in dieser Studie gezeigt, tritt das nur unter absoluten Extremsbedingungen ein. Von daher, es ergibt keinen Sinn zu sagen, Kohlenhydrate werden zu Fett und das Fett wird eingelagert, weil dann muss man die fragen, was passiert dann mit dem Fett direkt, das du isst, das nicht mehr umgewandelt werden muss von Kohlenhydraten. Der ganze Schritt fällt weg, der unten, der fällt doch weg. Warum wird der Körper nicht das einlagern? Das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Wenn du schon sagst, Kohlenhydrate werden zu Fett und das wird eingelagert, warum wird Fett direkt nicht eingelagert, wenn du direkt Fett isst? Da kannst du dann auch nicht sagen, ja, weil das Fett dann zur Energiebereitstellung verwendet wird. Ja, und Fett ist die zweite Wahl für den Körper als Energiebereitstellung. Die erste sind Kohlenhydrate, ne. Kohlenhydrate sind dein Hauptbrennstoff im Körper, ja, das ganze große Thema der Glykolyse ist das. Der Körper nimmt erstmal Kohlenhydrate, wenn du ihm keine Kohlenhydrate gibst, dann switcht er auf Fett über. Seine Primärenergiequelle sind Kohlenhydrate, ja, ich denke nicht, dass sie das abstreiten. Von daher, ne, ergibt schon mal der erste Grund, Kohlenhydrate werden in Fett umgewandelt und das Fett wird eingelagert. Null Sinn. Es ist absolut sinnbefreit. Ergibt null Sinn. Dann der zweite Punkt. Der zweite Grund, warum Low-Carber sagen, man soll Low-Carber machen zum Abnehmen. Kohlenhydrate lassen den Insulinspiegel ansteigen und das macht Fett. Okay, gucken wir uns das mal an. Ist natürlich wieder absoluter Nonsens. Ja, wie wir vielleicht hoffentlich mittlerweile alle wissen durch mein großes Diabetes Typ 2 Video. Da habe ich diese Studie gezeigt, könnt ihr euch auch gerne angucken. Wer hat die höchste Blutzuckerkurve? Hier sind verschiedene Blutzuckerkurven und hier sind die Ernährungen dazu, ja. Isokalorische Ernährung, das heißt die Kalorien bleiben immer gleich. Sonst könnte man ja abfälschen. So, du hast hier Kohlenhydrate, 50 und dann steigerst du die Kohlenhydrate immer weiter. Hier hast du 50 Gramm Kohlenhydrate und dann steigerst du die Kohlenhydrate. Umso niedriger wird die Kurve und hier andersrum natürlich hier unten hast du das wenigste Fett. Und je höher die Kurve, umso mehr Fett hast du. Also, das liegt daran, dass Fett Insulin paralysiert. Das weiß man seit 1927. Ich habe da zig Studien unten dazu verlinkt, weil der wahre Grund für Diabetes ist Fett. Ganz genau deswegen, das weiß man seit 1927, dass es das Fett ist, weil Fett paralysiert Insulin. Ich habe hier den ganzen Prozess erklärt. Guckt euch das Video an. Ich will das jetzt nicht nochmal erklären. Hier, da ist der ganze Prozess dahinter. Also, du hast die größte Blutzuckerkurve und somit auch die größte Insulinkurve von Fett. Okay, deswegen ergibt auch dieses Argument keinen Sinn. Und dann sind da auch einfach andere Logikpunkte. Wenn Kohlenhydrate dick machen, dann musst du ja sagen, dass Obst dick macht. Okay, weil Obst, zum Beispiel Bananen, Obst ist allgemein sehr, sehr kohlenhydratreich. Sehr fettarm, sehr kohlenhydrate, sehr proteinarm. Okay, also man kann sagen, Obst sind Kohlenhydrate. Und wenn man tatsächlich hingeht auch noch und wirklich tatsächlich, keine Ahnung, was da los sein muss mit der Person, aber tatsächlich hingeht und sagt mal, es ist so, Obst macht wirklich fett, dann muss man auch wirklich wieder, das Einzige, was man da machen kann, ist eigentlich an den gesunden Menschenverstand plädieren und sagen, guck dir mal die Menschen in der realen Welt an. Guck mal nach draußen in der realen Welt. Und es gibt verschiedene Ernährungsformen, okay? Es gibt hier Normalesser, dann Vegetarier, Pescotarier, ja, diese ganzen, dann gibt es Veganer, wir dröseln das noch weiter auf, dann gibt es die Frutarier unter den Veganern, die essen nur Obst, ja. Und wer hat den niedrigsten BMI, wer hat den niedrigsten BMI von allen? Well, ihr seht hier links, das ist von der Adventist Health Study 2, 60.000 Patienten oder Teilnehmer und da die, der Balken ganz, ganz links, das sind die Allesesser. Und je mehr Obst er isst, ne, Obst ist pflanzlich, also der Veganer wird ganz sicher das meiste Obst essen, vor allem der High Carb Low Fett, Veganer, ne, High Carb, die meisten Kohlenhydrate, je mehr Kohlenhydrate ein Mensch isst, umso schlanker ist der. Das ist nicht erfunden, das ist nicht ausgedacht, das ist nicht hingesetzt und gesagt, Obst macht fett. Okay, das ist eine Aussage. Was ist mit den Beweisen? Hier hast du Beweise, ja, hier siehst du Beweise. Beweise, dass je mehr Kohlenhydrate ein Mensch isst, umso schlanker ist der. Und dann der nächste Punkt ist, da steht High Carb Low Fett, Vegan, 19,8. Wer ist noch schlanker als High Carb Low Fett, Veganer? Wer ist noch schlanker, also schon untergewichtig? Die sind eigentlich, soweit ich weiß, sind die fast alle untergewichtig und zwar Frutaria. Frutaria ernähren sich nur von Obst. Wie kann Obst dick machen, wenn die Menschen, die nur Obst essen, die essen dreimal am Tag, drei Hauptmahlzeiten mit nur Obst, sind die dünnsten Menschen von allen Menschen, die es gibt. Die sind dünner als die High Carb Low Fett Veganer. Die sind fast alle untergewichtig. Wie kann das sein, wenn man sich nur von Obst ernährt? Wie kann das sein? Du kannst ja nicht ankommen mit, die Kohlenhydrate aus Obst werden umgewandelt und das macht Fett. Die Kohlenhydrate lassen den Insulin ansteigen, bla bla bla. Ja, alles klar. Und deswegen sind sie die dünnsten von allen. Okay, weil umgewandelt wird und Insulin und alles und deswegen sind die die dünnsten von allen. Ja, guck dir die Ergebnisse in der realen Welt an. Ja, das ist auch einfach deine Intuition sagt dir natürlich, je mehr Obst du isst, umso schlanker wirst du. Obst ist gesund. Viel Wasser, viele Kohlenhydrate, wenig Fett. Okay, deswegen je mehr Obst ein Mensch isst, umso dünner ist er. Du kannst bei YouTube eingeben, Frutaria. Guck dir die Menschen an, wie die aussehen. Die sind noch schlanker. Die sind wie ich, minus 5 oder minus 10 Kilo. Die sind noch schlanker als ich. Ich habe mich da eingetragen mit 19,8 hier. High Carb Low Fett Veganer. Die Veganer daneben, das sind die Standard Veganer. Mit 23,6. Ist relativ hoch für Veganer. Deswegen habe ich mich da selbst noch eingetragen. Weil HCLF Veganer sind ungefähr bei 19,8. Deswegen erklär das mal. Warum die Menschen, die am meisten essen, Früchte essen, die aller dünnsten von allen sind. Und du kannst auch nicht sagen, guck mal, man kann hingehen und sagen, diejenigen, die die meisten Kohlenhydrate essen, sind am aller dünnsten. Und jetzt könnte man hingehen und sagen, ja, ja, nee, warte mal. Die meisten Kohlenhydrate essen, die Veganer zum Beispiel, die machen Kalorienrestriktionen und sind deswegen die dünnsten. Okay, und dann lass mich das mal neu formulieren. Die meisten Kohlenhydrate essen, ja, die Veganer, die Kalorienrestriktionen machen, sind die dünnsten von allen. Okay, also die Veganer sind die dünnsten von allen. Die, die die meisten Kohlenhydrate essen, sind die dünnsten von allen. Es ist völlig egal, was du da reinschiebst noch in den Satz. Verstehst du, was ich sage? Die, die die meisten Kohlenhydrate essen, füge ein, was du willst, sind die dünnsten von allen. Okay, verstehst du die Logik dahinter? Deswegen, ne, guckt euch die Realergebnisse an in der Welt, die die meisten Kohlenhydrate essen, sind am allerschlankesten. Von daher, ja, glaubt an das, was in der realen Welt passiert. Guckt euch an, wer ernährt sich wie und wie sieht er aus? Und dann weißt du, was abgeht, ja, anstatt auf YouTuber zu hören, auf Low Carb YouTuber, an irgendwelche Bücher zu glauben, Grain Brain oder so, ne, diese ganzen Anti-Kohlenhydrate-Bücher. Guckt ihr die Autoren an von den Büchern, wie die aussehen. Ich werde hier die zwei wichtigsten Videos überhaupt, ne, ganz kurze Videos, zwei Minuten Videos, da werden immer High Carb-Doktoren gegen Low Carb-Gurus verglichen. Und wie die beiden aussehen, die ganzen Autoren von Grain Brain und Weed Belly und so, ne, wie die aussehen, wie sehen die Autoren aus? Sie halten sich an ihrer Ernährung an Low Carb, wie sehen die Menschen aus nach jahrzehntelangem Low Carb, wie sehen die aus? Genau, fett und krank. Und Spiegelbild, guckt ihr unsere ganzen Doktoren an, wie sehen die alle aus? Wie sehen unsere ganzen Doktoren aus, die alle High Carb, Low Fett sich ernähren? Sie ernähren sich alle von Kohlenhydraten. Wie sehen die alle aus, ja, gartenschlank, alle ausnahmslos, alle. Zeig mir einen dicken High Carb-Vegan-Doktor, ja, zeig mir mal einen. Gibt es keinen einzigen, aber in der Low Carb-Szene irgendwie, ein Vetter nach dem anderen, ja, die ganzen Low Carb-Gurus, Low Carb-Autoren, guck sie dir doch an, wie sie aussehen. Von daher, ich hoffe, ich habe das rüberbringen können, das sind einfach so die zwei Sachen, ne. Einmal Logik-Argument, benutzt dein Verstand, der Körper wird niemals irgendwas Ineffizientes machen, irgendwas Verschwenderisches machen. Der wird immer das machen, was die wenigste Energieverschwendung kostet. Und das ist das Unten, kostet die wenigste Energieverschwendung und halt logischer Menschenverstand und Wissenschaft, ne. Je mehr Obst du isst, umso schlanker wirst du werden. Wenn du zwei Bananen isst, wirst du mehr abnehmen, als wenn du eine Banane isst. Wenn du drei Bananen am Tag isst, wirst du mehr abnehmen, als wenn du zwei Bananen am Tag isst. Und das geht so weiter. Okay, je mehr Kohlenhydrate du isst, umso mehr wirst du abnehmen. Das liegt daran, dass in deiner Makronährstoffverteilung der Fettgehalt immer kleiner wird, je mehr Kohlenhydrate du isst, ne. Das sind ja am Ende nur 100%. Deswegen wird der Fettgehalt immer kleiner, je mehr Kohlenhydrate du isst. Okay, deswegen wirst du immer schlanker, je mehr Kohlenhydrate du isst. Von daher, Leute, ich hoffe, das ist jetzt ultimativ klar. Das sind die zwei Hauptgründe, die ich immer von Low Carb anhöre, warum sie Low Carb machen, warum Low Carb das Richtige ist zum Abnehmen. Und es ist fatal falsch. Es ist fatal falsch, es ist wissenschaftlich falsch, es ist rein logisch falsch. Einfach die Logik sagt dir, dass das nicht stimmen kann. Und von daher, Leute, guckt unbedingt die zwei kurzen Videos, ich werde sie überall unten verlinken. Guckt diese Videos und guckt euch an. High Carb gegen Low Carb. Vielen Dank fürs Zuschauen. Unterstützt mich gerne bei meinen Videos, damit ich weiter Menschen aufklären kann, Menschen helfen kann. Das wäre super nett von euch. Und guckt euch die Videos an. Jetzt. Peace. Peace. Untertitelung des ZDF, 2020